Da geht's in Jurassic World Evolution 2 hier in unserem Jurassic Park und wir haben beim letzten Mal den ersten großen Erfolg errungen. Wir haben unseren Park eröffnet und wir spielen weiter. Also ich habe nochmal geschaut, wir hatten tatsächlich den mittelgroßen elektrischen Zaun erforscht, aber durch mein draufklicken, ihr habt es wahrscheinlich schon in den Kommentaren geschrieben, ich nehme das hier als Blog auf, diese Folge, habe ich das abgebrochen, jetzt habe ich es wieder aktiviert und ich musste nochmal 100.000 bezahlen. Dann noch ein paar andere Sachen. Ich habe mir auch nochmal so ein bisschen allgemein die Häuser angeguckt. Wir haben ja auch das Update gemacht, dass wir unsere Gebäude verbessern können. Da würde ich gerne mit euch gemeinsam zwei Verbesserungen einbauen in unsere Gebäude und danach müssen wir noch ein paar andere Dinge machen. Deswegen habe ich hier auch die Pause aktiviert. Zum einen gibt es hier das Personalzentrum und da würde ich gerne diesen freien Platz dazu nutzen, das Personalzentrumstempo zu erhöhen. Das erhöht die Geschwindigkeit um 10 Prozent oder verringert die Ruhezeit um 10 Prozent. Das ist in dem Fall tatsächlich ein bisschen was anderes. So, also das ist der Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist der hier, die Unterstützungsanlage. Und das ist, wie ich finde, mit einer der wichtigsten Punkte im ganzen Dino Zoo. Und hier möchte ich gerne die fortgeschrittenen Scanner einbauen. Und die kosten zwar auch Geld, aber Saurias Scan-Dauer minus 90 Prozent. Das wird auf jeden Fall auch die Probleme verringern, die wir immer mit den Fahrzeugen haben, die werden schneller werden. Wir können mehr Gehege bauen und so weiter und so weiter und so weiter. Also da haben wir auf jeden Fall genügend Kapazitäten. So, nächster Punkt sind die Finanzen. Auch die habe ich mir nochmal angeguckt. Und wenn wir uns das angucken, alleine mit anderthalb Sternen, die wir in momentan Bewertung sind, auch da gehen wir gleich rein, sind wir bei den Finanzen relativ gut. Ticketverkäufe bei den Normalos und bei denen hier, bei den grünen Ökos ist relativ, ich nenne es mal die Ökos sind relativ gut. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Und das glaube ich sind eher so die gut Betuchten. Das läuft also erstmal und der Gewinn steigt auch. Das sieht also gut aus. Einrichtungen wird auch momentan ganz gut angenommen. Allerdings haben wir ein Problem mit Getränken und Essen. Da sind wir noch nicht ganz so gut aufgestellt. Das müssen wir auf jeden Fall mit Getränke und Essen müssen wir noch ein bisschen optimieren. So, dann haben wir hier, also von der Bilanz her sieht es eigentlich gut aus. Was wir noch gar nicht haben, sind so Geschenke, Shops. Das müssten wir auch nochmal machen. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich weigere mich ehrlich gesagt hier so ein riesiges Ding hinzustellen, wo jedes Mal nur ein einziges Gebäude drin ist. Das war irgendwie so bei Planet Zoo ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. So. Wir bauen trotzdem mal ein weiteres Gebäude. Wir haben hier Toiletten. Mittlerweile mittelgroße Einrichtungen. Einrichtungen. Oh. Einrichtungen generieren Einnahmen durch Verkauf von Essen und Getränken. Wir bleiben hier trotzdem mal bei einer kleinen Einrichtung. Wir können eine mittelgroße Einrichtung bauen, um hinterher, um hinterher, es muss ich erstmal meinen Gedanken zu Ende führen, um hinterher Produkte zu verkaufen. Dann einmal da hin. Da gibt es Getränke bitte. Einmal in Getränke ändern. Und einmal aromatische Milchkaffees. Ja, so ein Milchkaffee, wenn man reinkommt. Ja, auch das kann ich mir gut vorstellen. Erstmal ein Kaffee, wenn man reinkommt. Ja, das finde ich gut. Gut, dann können wir hier ein Infotainment Spot machen. Das ist auch super. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch was, eine Skelettausstellung. Oh, super, das finde ich auch klasse. Und dann brauchen wir noch was in dem Bereich. Und ein Aquarium. Oh, toll. Oh, super, das finde ich gut. Einen Milchkaffee. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen was an zu den Dinos. Ein paar Aquarien und Skelett. Oh, top. Super, das finde ich toll. Das bauen wir hier hin. Da brauchen wir noch einen Weg, bitte. Einmal da mit dran. So. Hier vorne sind Donuts. Da können wir mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen was Besseres hinkriegen. Wir bräuchten nämlich ein bisschen mehr hier noch. Also ihr seht hier, die brauchen hier ein bisschen was Besseres. Ähm, wir könnten hier billige Burger anbieten. Oder Steaks. Na, dann bleiben wir erstmal bei den Donuts. Aber wir gucken mal, ob wir hier was Besseres haben. Ein Aquarium ist doch schon mal besser als ein Fischtank. Und ein Selfie-Spot. Da könnten wir tatsächlich das vielleicht durch eine Eisdiele ersetzen. Oder eine Fotokabine. Na, guck. Ja. Und Springbrunnen können wir ersetzen durch ein Wasserspiel. Sehr gut. Okay, dann haben wir das Thema auch durch. Und dann machen wir das Gleiche. Machen wir das Gleiche hier hinten nochmal. Und hier kriegen wir wahrscheinlich kein Gebäude ran. Das ist aber auch nicht so schlimm. Hier ist ja der Zaun. Ja. Da ist der Zaun. Und wir sollten auf jeden Fall eine weitere kleine Einrichtung planen. Ja, wir machen die mal hier vorne hin. Ah, da kriegen wir sie nicht hin wegen dem... Ah doch, aber dann bräuchten wir noch einen Generator. Ah, ist das doof. Ja, wir bauen es trotzdem dahin. Wir bauen es trotzdem dahin. Und werden uns hier ums Essen kümmern. Das machen wir gleich. Dann machen wir erstmal die Straße bitte. Und einen Generator. Dann können wir das schon mal bauen. Einmal da hinten hin. Und das sieht ja auch irgendwie... Ah, das sieht... Ah, ich weiß nicht. Einmal da rüber. Und dann bauen wir den... Das Umspannwerk hier hinten so ein bisschen... Ein bisschen versteckt. Hier in den Wald rein. Dann sieht das keiner. Und dann setzen wir einmal... Einmal drumrum bitte auch gleich ein bisschen Wald. Oh. Einmal hier auf der Seite auch noch ein bisschen. Okay. Gut. Dann sieht das nicht ganz so... Dann sieht das nicht ganz so... Ähm... Nicht ganz so aus, als wenn wir hier... Ja, da sieht man so ein bisschen was. Aber das ist nicht schlimm. Das ist okay. Okay. So. Jetzt müssen wir das Ding mal konfigurieren. Und... Ähm... Das gucken wir uns gleich an. Aromatische Milchkaffees. Ja. Ich möchte hier in dem... In dem Fall tatsächlich... Froschung verfügbar. Großer elektrischer Zaun. Mh... Das sollten wir tatsächlich erstmal machen. Aber jetzt will ich erstmal hier Essen haben. Und hier machen wir tatsächlich billige Burger. Das ist okay. Und... Da brauchen wir auf jeden Fall noch... Ich würde sagen, hier hinten machen wir mal ein Wasserspiel. Das finde ich gut. Dann sollten wir... Ja, eine Eisdiele denke ich auch machen. Ja, eine Eisdiele. Einen Eis nach dem Burger finde ich gut. Und dann eine Skelettausstellung zum Schluss. Dann die Leute auch wissen, wo ihr Burgerflash herkam. Ja, das ist super. So machen wir das. Sehr schön. Okay. Hier gibt es einen Barbecue Burger Laden. Und ich denke, damit werden wir dann auch auf jeden Fall unsere Verkäufe wieder ein bisschen erhöhen können. So. Jetzt gucken wir uns mal die Gehege an. Und hier haben wir jetzt neue Zäune. Jawohl. Zaunstufe 3. Die haben wir hier schon. Die haben wir aber hier nicht. Dann will ich tatsächlich jetzt mal das Ersetzen machen. Das ist natürlich sehr heikel hier. Okay. Also das müssen wir mit der Zeit auf jeden Fall machen. Ah, das ist schon mal super. Perfekt. Forschung abgeschlossen. Ceratopsid. Ein Objekt freigeschaltet. Moment, ich habe was erforscht. Forschung abgeschlossen. Ich habe was erforscht. Davon wüsste ich doch, oder? Erforscht hier den Zugang zu folgenden Ausgrabungsstätten mit neuen Fossilien. Oh. Sehr cool. Wann habe ich das denn erforscht? Dessen war ich mir jetzt gar nicht bewusst. Hadrosaurus. Ist auch cool. Was haben wir hier? Ein Stegosaurus. Weil die hatten wir vorher auch, ne? Omnitosaurus. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die vorher auch hatten. Aber ich will tatsächlich jetzt erstmal die Sachen hier durchziehen. Das ist mir echt wichtig, dass wir in die Sicherheitsbewertung 5 kommen. Denn die Zäune sind doch... Ah, die sind angeschlagen hier. Kommen wir da mit hin? Ne, wir brauchen 5. Dann schicken wir unsere Leute erstmal zur Regeneration. Dann müssen wir die Leute erstmal regenerieren lassen. Die 3. So. Einmal ausruhen bitte. Ausruhen bitte. Und auch ausruhen bitte. So. Das bringt ja nichts, wenn unsere Leute hier angeschlagen sind. Wir machen 293.000. Wir verdienen gut. Und wie gesagt, ich möchte jetzt tatsächlich erstmal zusehen... Och nein. Sturmwarnung. Mh, das gibt es auch nicht. Ja, ich denke, wir ziehen die Leute mal direkt in Schutzräume rein. Da hinten sieht es nicht so schön aus. Da auch nicht. Wir machen die Schutzräume auf. Sicher ist sicher. Strukturwisch. Ein Gebäude wurde vom Sturm beschädigt. Muss repariert werden. Das ist eher hier. Das ist jetzt natürlich kritisch. Ist die... Ist die Stromversorgung... Oh Gott. Ist aber auch... Ist aber auch Wahnsinn. Ich mache euch das mal ein bisschen leiser. So. Haben die denn noch... Hat dieser Zaun denn noch Strom? Ja, hat er noch. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Also muss repariert werden. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, wie wir das... Wie wir das machen. Dazu brauchen wir wahrscheinlich auch ein Gebäude. Wir gucken mal. Parallelmedizinische Anlage, Unterstützungsanlage, Personalzentrum. Ach, Schnurz auf Reparatur. Wir reißen das Ding ab und bauen da einfach ein neues nehmen. Das soll der Geiz. Einmal weg damit. Kein Strom. Ich weiß. Dann bitte einmal... Von hier einmal da rangehen. So. Und dann reißen wir das hier weg. Fertig aus die Maus. Und dann hat sich das erledigt. Okay. Dann machen wir die Sachen wieder auf hier. Beziehungsweise machen die Schutzräume zu. Und dann können unsere Leute wieder rausgehen. Das sieht doch... Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Wunderbar. Und unsere Leute benötigen Billigburger. Da ist auch was beschädigt. Ach, nee. Der muss auch repariert werden. Ja, okay. Da werden sich unsere Leute hoffentlich irgendwann drum kümmern. Jetzt sollten wir erstmal... Moment. Aber hier müssen wir mal schauen, ob wir denn Energieprobleme haben. Nein, haben wir Gott sei Dank nicht. Okay. Hier gibt es ein Fahrzeug. Moment, Moment, Moment. Boah. Leute. Ernsthaft? Lass unsere Fahrzeuge in Ruhe. Wir machen das mal ganz einfach. Wir geben dem mal hier einen Notfallausgang. Und bauen dem mal da ein Tor hin. Dass er da rauskommt. Ich denke, das sollten wir hier tatsächlich an mehreren Ecken machen, dass wir ihnen hier ein Notfalltor geben. Das wäre ansonsten doch... Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen kritisch, wenn wir da keine Notfalltore haben. Und jetzt geht die Sonne auf. Gott, was hier los ist. Guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn, oder? Das sieht schon schick aus hier, muss ich sagen. Moment, wo kommt denn die Million her? Verdienen wir so viel Geld jetzt hier? Wow. Ja, wir verdienen tatsächlich ganz gut. Das ist sehr schön. Dann können wir bitte einmal die nächste Forschung starten. Darauf will ich mich jetzt erstmal konzentrieren. Tatsächlich. Ich will tatsächlich jetzt erstmal die Gehegesicherheit erhöhen. Und da brauchen wir wieder die gute Wilkins. So. Einmal. Und erhöhe die Parkbilder auf zweieinhalb. Oh, das wird schon... Ah, das wird schon schwierig. Aber wir arbeiten dran. Wir sind ja bei fast zwei schon. So. Toilettenversorgung ist bei 72%. Unterkunftbewertung 52%. Schutzraumversorgung 79%. Dann sollten wir tatsächlich gucken, dass wir hier vorne noch Schutzräume bauen. An dem Punkt. Ich mache euch mal ein bisschen langsamer. Und wir gucken mal gemeinsam in die Toilettenversorgung und Schutzraum rein. Das ist einmal hier der Bereich, der unterbewertet ist. Schutzräume gibt es hier auch nicht. Hier ist auch nur ein ganz bisschen was. Die Frage ist, ob wir halt in die Richtung weitergehen. Das gucken wir uns auf der Karte mal an. Toiletten gibt es da auch nicht. Hier. Und vor allen Dingen hier nicht. Ich würde tatsächlich Schutzraum und Toilette hier noch bauen. Was ist da los? Ein Gebäude. Das ist immer noch beschädigt. Okay. Ich muss ehrlich gesagt gucken, wie wir ein Gebäude reparieren. Wer macht das? Macht das er hier? Ein Ranger? Nee. Ach doch, das macht der Ranger. Dachte, dafür gibt es wohl noch einen anderen. Okay. Dann schicken wir mal den Ranger los zum Reparieren. Das ist etwas skurril. Da hätte ich mir noch ein anderes Gebäude gewünscht. Na gut. Okay. Dann ist es so. Also, das macht. Einnahmen steigen um 3687%. Einnahmen pro Minute 331.141. Sehr schön. Ticketverkäufe. 215.000 Einrichtungseinhaben. 100.000. Unterhaltkosten ist etwas gesunken. Strom und laufende Kosten für Einrichtungen sind auch okay. Bericht schließen. So, wir haben 1,1 Millionen schon wieder. Dann sollten wir tatsächlich mit solchen Sachen wie Sicherheit und Toiletten nicht sparen. Also, wir machen nochmal eine Sicherheitseinrichtung hier vorne hin. Einmal da bitte. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch eine mittelgroße Einrichtung nicht. Eine Toilette haben. So. Einmal verbinden und einmal verbinden. Jetzt gehen wir nochmal in den Park an sich und schauen mal, in welche Richtung oder auf die Karte schauen wir, welche Richtung wir es ausbreiten wollen. Grundsätzlich gibt es ja bei uns die Möglichkeit, hier hinten noch ein Terrain zu bauen. Das ist für mich hier hinten übrigens für Rico, für deinen Saurier, eine sehr schöne Ecke. Und ich mache jetzt nach dem Sturm, Achtung, die Musik mehr sind lauter. So. Und ich würde dann tatsächlich die Leute halt, jetzt gehe ich mal in die Pause hier langführen, hier nochmal rum und dann hier wieder zurück, sodass sie dann hier auf dem Hauptweg, auf den Hauptweg sind. In dem Bereich. Das sind jetzt eine sehr schöne Ecke, vor allem, weil wir hier schon einen Bereich haben, in dem schon Wasser existiert. Alternativ kann man das hier unten machen, das wird man mal sehen. Aber hier finde ich, kann man noch zwei gute Möglichkeiten bauen und hier für noch ein Gehege. Das heißt, potenziell sich noch eins, zwei, drei, vier Gehege für, ja mehr oder weniger drei, vier, fünf Dinosaurier Arten. Das muss man dann sehen. Deswegen würde ich tatsächlich hier einen Weg langführen, den hier rumführen und hier an der Ecke, da vorn an dem Wald, kann man denke ich mal noch gut ein paar Gebäude hinsetzen, die auch erstmal Toilette in dem Bereich und Schutzbedürfnis erhöhen. Damit würde ich tatsächlich erstmal anfangen. Dann setzen wir hier auch eine Toilette hin. Ja, einmal da bitte. Und dann einmal das Schutzbedürfnis durch einen Bunker. Einmal da bitte. So, Straßen. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich auch schon mal schauen, dass wir tatsächlich neue Wissenschaftler einladen, denn wir haben tatsächlich genügend. Was ich nochmal haben würde gerne ist, ja so ein Allrounder. Also wir bräuchten nochmal einen guten, der uns Health-Punkte gibt und Forschungspunkte. Vielleicht finden wir da einen. Zwei von fünf. Kabir ist so ein Allround-Genie. Olivia ist natürlich auch nicht schlecht. Wow. Vier Logistik, drei Genetik, vier Wohlbefinden. Ja, ich denke wir verdienen genug. Kosten pro Minute. Wir haben 300.000 Gewinn. Das ist überhaupt kein Problem. Die holen wir uns. Und dann gucken wir, wen wir noch haben. Sechs in Genetik. Boah. Wir könnten noch Hashim nehmen. Der gefällt mir auch ganz gut. 4-3-3. Ein bisschen mehr Logistik, aber ich würde gerne eigentlich mehr auf Genetik und Wohlbefinden achten. Dann bleibt ja eher tatsächlich er hier übrig. Dave. Genetik-Spezialisierung. Ja, finde ich gut. Wir nehmen noch Dave mit rein. So. Mit den beiden haben wir auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Nein, entlassen wollen wir sie nicht. Und dann sollten wir auf jeden Fall auch eine Expedition starten. Wir haben ja, wenn ich das richtig sehe, neue Möglichkeiten bekommen. Also, ein Expeditionszentrum bitte. Und, oh, in Europa. Sehr cool. Da können wir nicht hin. Das kostet zu viel. Wir haben jetzt natürlich die Wissenschaftler eingestellt, aber das sollte auch schnell gehen. Bankreich. Kompagnosaurus. Procetosaurus. Ja, komm. So ein Ding holen wir uns jetzt. Ein Komp. Komp-Sugnatus. Wir brauchen fünf Punkte. Das kann eigentlich doch mal... Ah, schade. Das schafft Philips noch nicht. Dann schicken wir mal... Doch, wir schicken die beiden neun. Ihn und Philips. Auf geht's. So, dann haben wir noch 50.000 übrig. Und dann gucken wir mal, dass wir uns dort einen neuen Dino holen. Sehr schön. Hier wird auch gebaut. Und dann sollte Schutzraumversorgung und Toilettenversorgung damit hoffentlich auch funktionieren. Wir gucken mal auf unsere Liste. Ja. Ja, sehr schön. Wir haben nur noch eine kleine Ecke. Das könnten wir hier auch nochmal bauen. Und dann sind wir zumindest bei den beiden Punkten, denke ich, auf einem guten Level. Wunderbar. So. Einnahmen sind auch konstant. Ich wollte eigentlich in die Einnahmen gehen. Ja. Betriebskosten sind bei 200.000. Wir müssen jetzt natürlich die Einnahmen wieder ein bisschen steigern. Und die Parkbewertung. Also wir haben noch eine Menge zu tun. Wir müssen halt noch ein paar Gebäude bauen. Was wir zum Beispiel noch gar nicht haben. Das sind irgendwelche Spezialattraktionen. Also Informationen oder sowas zu bauen. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen Geld in die Forschung investieren. Und einmal schauen, welchen Dinosaurier uns das gerade angucken. Ah, den haben wir noch gar nicht drin. Und ist das der gewesen? Nein. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Okay. So. Einmal auf volle Geschwindigkeit. Und dann gehen wir in der Zeit mal in die Forschung. Ach, ich vergaß. Das funktioniert nicht. Okay, dann machen wir erstmal die Expedition fertig. Und schauen wir unseren Leuten zu. Ich frage mich, wieso die hier hinrennen alle. Hier gibt es doch gar nichts. Können uns natürlich hier die Fossilien ansehen. Da haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge gesammelt. Aber das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, klar. So ein Kraftwerk würde ich mir auch schon immer mal angucken. C. Ernsthaft? Na gut. Können wir hier was optimieren? Ne, noch nicht. Okay. So, wie sieht es hier in den Gehegen aus? Eigentlich ganz gut. Was macht denn unser Pfeifes hier unten? Wo bist du denn? Ach, da unten? Du guckst dir hier die Gegend an. Ja, na dann. Wir können übrigens mal gucken, was man... Ein Grabungsdienst war jedoch... Es wartet jedoch darauf, dass Platz für Fossilien frei wird. Nein! Wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz mehr frei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir tatsächlich... Da müssen wir tatsächlich mal was erforschen. Ich denke, wir gehen mal in Richtung der Velociraptoren. Und machen da mal ein bisschen was frei. Was haben wir dann noch? Einen Triceratops. Und das ist tatsächlich zu viel. Wir haben noch einen Platin. Das können wir natürlich auch verkaufen, ne? Blankfossilien. Dann nehmen wir den nochmal mit dazu. Und dann werden wir die mal erforschen, bitte. So, ein Dreier. Einmal die guten Philips. So, gut. Dann sollte sich damit das neue Material dann auch hier einlisten. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Können wir das Gebäude eventuell ausbauen? Eine Million? Heidewitzka. Okay, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und wir haben Toilettenversorgung und Schutzraumversorgung immer noch nicht allzu gut. Das liegt mit Sicherheit hier hinten an der Ecke. Dann sollten wir das in der Flucht auch nochmal bauen. Hier vorne hin. Da haben wir es ja auch noch nicht. Dann setzen wir auch hier bitte eine Toilette hin. Einmal da. Und auch hier bitte noch ein Schutzraum. So, Straßen bitte. Und dann gucken wir mal, dass wir die auch mit Strom versorgen. Einmal da hin. Und den Transformator. Ah, ich hoffe mal so hinter dem, ich denke, ich hoffe mal hinter dem Schutzraum sieht das keiner. Einmal da hin bitte. Okay, sehr schön. Dann haben wir das auch. Unterkunftsbewertung 44%. Können wir hier irgendwas verbessern? Wahrscheinlich ist es einfach zu wenig. Das ist wahrscheinlich echt einfach zu wenig. Was haben wir denn noch? Das kleine Hotel. Da könnte man halt noch eins bauen. Aber dann würde ich tatsächlich erstmal in Richtung großes Hotel gehen. Beziehungsweise, was ich gerne machen würde, ist eine mittelgroße Einrichtung bauen. Tatsächlich hier hin. Und das rein dafür zu benutzen, dass wir uns ein paar coole Sachen hier verkaufen. Denn hier müssen die Leute auf jeden Fall vorbei. Einmal da hin bitte. Und da werden wir keine Bürger machen. Sondern hier möchte ich gerne Geschenke machen. So, Weg nicht verbunden. Ja, das machen wir gleich. Eine Abendbekleidung. Nein, ich denke Freizeitbekleidung sollten wir machen. Hüte. Ach komm, Hüte ist doch auch immer gut für alle. Dann können wir schauen, was wir hier noch machen. Eine Fossilienausstellung. Ein Souvenirladen. Ja, Souvenirladen ist immer gut. Fahrzeug gefährdet. Gucken wir gleich an. Jetzt gehen wir mal auf die Pause. Solange in die Pause. Zusätzlich Regale ist auch immer gut. Infotainment finde ich auch okay. Jetzt sollten wir auf jeden Fall noch was für den grünen Bereich tun. Ein Aquarium. Ja, das finde ich okay. Und grün könnte man nochmal gucken, dass man vielleicht ein Wasserspiel. Ja, ein Wasserspiel finde ich gut. Dann kaufen die Leute vielleicht auch ein paar Hüte. Okay. Dann sollten wir aber tatsächlich vielleicht noch was anderes nehmen, weil wir ja hier in dem Bereich relativ stark sind, dass die auch wirklich Freizeitbekleidung. Ja, wir machen mal Freizeitbekleidung, dass die Leute hier auch entsprechend was kaufen. Okay. So, eine Straße bitte. Und dann gucken wir uns das Fahrzeug mal an. Oh, je, 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 je. Oh, oh. So, man sollte es vielleicht abhauen. 1,5 Millionen haben wir jetzt. Dann sollten wir jetzt tatsächlich mit den 1,5 Millionen erstmal hier erhöht die Fossilienlagerung vor der Extraktion von 18 auf 24. Er hat die Fossilien-Extraktionskapazität von 10 auf 17. Moment, 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 Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir genau brauchen. Also, Kapazität 17. Hai-Fossilien, wow. Oh, da haben wir natürlich eine ganze Menge bekommen. Wir könnten Haie machen. Was haben wir hier bekommen? Rhodium, wow. Platin, nicht schlecht. Hm, ich denke, wir kriegen das auch so hin. Ich tue mich jetzt schwer damit, echt eine Million auszugeben für den Kram. Damit können wir lieber ein paar andere coole Dinge machen. Zum Beispiel eine neue Expedition starten. Und dann was erforschen. Oh, sehr cool. Wir könnten einen Stratosaurus nehmen. Maisosaurus. Triceratops haben wir eigentlich. Einen weiteren Fleischfresser. Ach, ehrlich. Das sind so viele coole Sachen, die wir jetzt erforschen können. Oder uns über die Expedition holen. Aber jetzt gehen wir tatsächlich erstmal in den ursprünglichen Plan zurück. Und bleiben einmal bei der Forschung. Und werden die Säune... Ah, da brauchen wir zweieinhalb Sterne. Wir sind bei 2,3. Okay. Dann müssen wir erstmal auf 2,5 kommen. Dann können wir tatsächlich in der Zeit... Dann rüsten wir das doch erstmal aus. Also... Von 10 auf 17. Inerity-Fossilien-Lagerung vor der Extraktion von 18 auf 24. Einmal das bitte. Dann können wir da mehr machen. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Und jetzt will ich doch mal sehen, welche Sauere wir machen können. Die Lophosaurus. Ach, der ist ja cool. Dann müssten wir mal schauen, dass wir da vielleicht was finden. Da haben wir auch Velociraptoren. Da haben wir 65%. Das sieht relativ gut aus. Wir gucken, ob wir die Lophosaurus noch was finden. Dann können wir für ihn vielleicht ein kleines Gehege sogar bauen. Also, die Lophosaurus bitte. Beziehungsweise... Wir gucken erstmal rein, ob wir dafür schon was haben. Dilophosaurus. Nicht so richtig, ne? Ne. Dann gehen wir mal in die Expedition und schauen, ob wir da eventuell was bekommen können. Gibt es hier irgendwo einen Filter oder sowas? Ne, ne? Dann gucke ich mal, ob wir irgendwas finden. Dilophosaurus. Da. Dilophosaurus. Ja. Perfekt. Das machen wir. Das finde ich super. Und wir brauchen drei. Das kann eigentlich... Das kann eigentlich Philips mal machen. Die kann da mal hinfahren. Sehr gut. Okay. Beziehungsweise hinfliegen. Und dann können wir uns das da auch angucken. Perfekt. Dann geht es da auch weiter. Und wir sind bei der Unterkunftsbewertung mittlerweile bei 53%. Und wir werden noch ein paar weitere Sachen bauen. Und dann sollten wir da auch bald auf die 90% kommen. Und dann geht jetzt die Sonne hier auf über unserem wunderschönen Zoo. Wir gucken nochmal, wie es unseren Tieren hier geht. Ist das nicht ein herrliches Tier? Das ist der gute Rico. Ein Grabhaus-Team ist zurückzukehren. Doch es wartet darauf, dass Plätze... Habe ich nicht gerade noch mehr gekauft? Doch gerade Plätze gekauft. 17 von 24. Okay. Dann erforschen wir nochmal Velociraptoren. Machen wir mal einen Nadelbaum noch mit rein. Und eine Alge. So. Und da setzen wir einmal den guten... Polo-Rundschow mit rein. Der kann sich da auch mal dran genehmigen. Okay. Dann sollten wir aber Velociraptor noch mittlerweile mehr als genug haben. Ihr Lieben. Das war es für heute. Und jetzt suchen wir uns nochmal hier so einen niedlichen... So einen niedlichen Velociraptor raus. Und da ist er. Das ist der gute... Hallo? Der gute Hasstour. Liebe Hasstour. Liebe Community. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategiener. Ciao, ciao.